Eine der ersten Fragen, vor denen ihr bei der Konfiguration eurer X22 steht, ist, welche Kühlart soll ich wählen? Nach diesem Video könnt ihr euch genau diese Frage beantworten. Hi, ich bin der Marc und wie ihr mit Sicherheit alle wisst, könnt ihr bei der X22 zwischen einer Flüssigkeits- und Luftkühlung wählen. Daher werde ich euch im Folgenden erklären, warum es wichtig ist, eine Motorspindel zu kühlen, worin sich die beiden Kühlmethoden unterscheiden und welche Vorteile speziell die Kühlmethoden der X22 haben. Zum Abschluss machen wir dann noch einen Geräuschtest zwischen den beiden Spindeln. Lass uns mit der Frage starten, warum ist es wichtig, eine Motorspindel zu kühlen? Diese Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Die einer Spindel zugeführte elektrische Leistung wird nicht komplett in mechanische Energie gerandelt. Wie jeder Motor arbeitet auch die Spindel in der Praxis nicht verlustfrei. Die Verluste unterscheiden sich dabei in Motor- und Lagereibungsverluste, die in Form von Wärme über Komponenten wie Welle, Lager oder das Gehäuse an die Umgebung abgegeben werden. Die Wärme kann, wenn sie nicht richtig abgeführt wird, nicht nur zu einer ungewünschten thermischen Lenkendehnung der Spindel führen, die einen Einfluss auf die Fertigungsgenauigkeit hat, sie kann im schlimmsten Fall auch zu einer Beschädigung von Motor und Lagern führen. Daher ist es enorm wichtig, eine Spindel zu kühlen. Aber worin unterscheiden sich jetzt die beiden Kühlmethoden? Der maßgebliche Unterschied ist das Fluid, das als Kühlmedium verwendet wird. Bei einer Flüssigkeitskühlung wird ein Kühlmittel verwendet, bei der Luftkühlung die Umgebungsluft. Um euch den Unterschied besser erklären zu können, habe ich hier eine flüssigkeitsgekühlte und eine luftgekühlte X22, den jeweiligen Kühlkörper dieser Spindel und das jeweilige Zubehör. Bei einer flüssigkeitsgekühlten Spindel wird mittels dem Kühlgerät X-Cool das Kühlmittel durch Schläuche in die Spindel gepumpt. Dort strömt das Kühlmittel dann die Kühlkanalhelix bis nach unten, nimmt auf dem Weg die Verlustwärme von Motor und Lagern auf, strömt wieder nach oben zurück in das Kühlgerät. Dort wird das Kühlmittel wieder heruntergekühlt und der Kreislauf beginnt von vorne. Bei den luftgekühlten X22 wird mittels einem 24-Volt-Lüfter von EBM Papst, der sich hier hinten in der Spindel befindet, die Umgebungsluft angesaugt, strömt dann hier durch die axialen Kühlkanäle, nimmt die Verlustwärme von Motor und Lager auf und strömt vorne wieder raus. Jetzt wisst ihr, wie die jeweilige Kühlmethode funktioniert und daraus lassen sich jetzt sehr gut die jeweiligen Vorteile ableiten. Die flüssigkeitsgekühlten Spindeln haben den Vorteil, dass es eine sehr effiziente Kühlmethode ist, da die Wärmekapazität vom Kühlmittel deutlich höher ist als von Luft und dadurch kann das Kühlmittel viel mehr Wärme aufnehmen als die Luft. Die flüssigkeitsgekühlten Spindeln können daher auf einem sehr geringen Temperaturniveau gehalten werden, wodurch die thermische Längendehnung der Spindelwelle geringer ist. Die Spindel hat also eine sehr hohe Temperaturstabilität. Das Kühlmittel kann mit einem aktiven Kühlaggregat auch zur Temperierung der Spindel verwendet werden, was diesen Effekt noch einmal verstärkt. Die flüssigkeitsgekühlten Spindeln können auch bei sehr hohen Umgebungstemperaturen verwendet werden, da die Luft nicht direkt zum Kühlen der Spindel verwendet wird, sondern zum Kühlen des Kühlmittels innerhalb des Kühlgeräts. In Kombination mit einem aktiven Kühlaggregat können die Spindeln also bei extrem hohen Umgebungstemperaturen eingesetzt werden. Zudem sind die flüssigkeitsgekühlten Spindeln für einen sehr leisen Betrieb geeignet und ausgesprochen kompakt und leicht. Das vollständig geschlossene Gehäuse sorgt mit IP54 für eine absolute Dichtheit. Dadurch sind die Spindeln auch für den Einsatz bei Anwendungen mit Kühlschmierstoff geeignet. Bei den flüssigkeitsgekühlten Spindeln gibt es auch keinen Wärmeeintrag in das Werkstück, da die Verlustwärme über das Kühlmittel nach außen abgeführt wird, was hingegen bei den luftgekühlten Spindeln nicht der Fall ist, da dort die warme Luft vorne auf das Werkstück geblasen wird, wodurch sich dieses erwärmt. Als letzten Punkt kann man noch nennen, dass die Kühlmitteltemperatur sehr gut als Prozessparameter geeignet ist, was vor allem von Vorteil ist, wenn ihr in eure Spindel keine Temperatursensorik konfiguriert habt. Das war es mit den Vorteilen der flüssigkeitsgekühlten Spindeln. Die luftgekühlten X22 zeichnen sich dadurch aus, dass keine weiteren Peripheriegeräte zum Kühlen notwendig sind. Dadurch sind sie im direkten Vergleich kostengünstiger und die Inbetriebnahme ist auch super schnell und einfach, weil ihr keine Kühlmittelstörche verlegen müsst. Ihr müsst lediglich die Motorleitung anschließen und schon kann es losgehen. Aber was ist jetzt an den Kühlmethoden der X22 so besonders? Denn jede Spindel auf dem Markt ist mit einer Flüssigkeits- oder Luftkühlung ausgestattet. Der Vorteil bei einer X22 ist, dass nicht nur das hintere Lager und der Motor innerhalb des Kühlkörpers verbaut sind, sondern auch das vordere Lager. Dadurch wird dieses auch von Kühlmittel oder der Umgebungsluft umströmt und wird mitgekühlt. Bei vielen anderen Spindeln ist das nicht der Fall. Dort sitzt das vordere Spindellager außerhalb der Spindel und wird nicht mitgekühlt. Der Doppelhelix-Kühlkanal bei unserem Kühlkörper hat den Vorteil, dass der warme und der kalte Kühlmittelfluss nebeneinander verlaufen, was zu einer homogenen Temperaturverteilung innerhalb der Spindelkomponenten führt, was gegenüber dem meanderförmigen Kühlmittelfluss einen enormen Vorteil hat. Denn dort fließt der warme und der kalte Kühlmittelfluss nicht nebeneinander, sondern entweder von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne. Die meisten luftgekühlten Spindeln sind meistens auch mit einem Zwangslüfter ausgestattet, der auf der Spindelwelle sitzt, der dann mit der Drehzahl der Spindel dreht. Die Kühlleistung ist somit abhängig von der Drehzahl der Spindel und bei besonders niedrigen Drehzahlen ist diese dann nicht besonders hoch. Das ist besonders im Störfall sehr kritisch, denn sollte die Spindel wegen Übertemperatur abschalten, wird sie nicht weiter gekühlt und die Wärme kann nicht abgeführt werden. Zudem sind die Spindeln mit Zwangslüfter extrem laut, wobei ihr bei den luftgekühlenen X22 den Vorteil habt, dass ihr die Drehzahl des Lüfters über die Spannung einstellen könnt, wodurch ihr den Geräuschpegel senken könnt. Es ist auch denkbar, eine Temperaturregelung einzusetzen, um auch die luftgekühlten Spindeln zu temperieren. Wir haben bei der Auslegung der X22 besonders darauf geachtet, sowohl bei der Flüssigkeitskühlung als auch der Luftkühlung für eine optimale Wärmeabfuhr zu sorgen. Daraus resultiert einer der entscheidendsten Vorteile der Kühlmethoden der X22, denn ihr könnt nicht nur die flüssigkeitsgekühlten, sondern auch die luftgekühlten Spindeln bis zur maximalen Drehzahloption von 50.000 Umdrehungen pro Minute betreiben. Jetzt kommen wir noch zum Geräuschvergleich zwischen der Flüssigkeits- und der luftgekühlten X22. Dazu bauen wir kurz um und sind dann gleich wieder da. So, starten wir mit der Geräuschmessung. Dazu werden wir einmal die flüssigkeitsgekühlte und einmal die luftgekühlte im Stillstand messen und danach werden wir beide Spindeln bei jeweils 30.000 Umdrehungen pro Minute messen. Starten wir mit der flüssigkeitsgekühlten. Dazu werde ich das Kühlgerät erst einmal anschalten. Es dauert einen kleinen Moment, bis es einmal piept. Dann kann es losgehen. So, starten wir die Messung im Stillstand. Das waren jetzt 64 Dezibel. Wir haben jetzt hier natürlich nicht nach Norm gemessen. Nach Norm heißt, man würde in einem Meter Abstand in einem Winkel von 45 Grad messen. Wenn man das macht, kommt man bei der flüssigkeitsgekühlten auf ca. 52 Dezibel. Hier hatten wir jetzt ca. 62 Dezibel. Jetzt machen wir die ganze Messung bei 30.000 Umdrehungen pro Minute. Da haben wir jetzt hier ca. 73 Dezibel. Das war auch in der Messung nach Norm waren wir da bei 64 Dezibel. Jetzt kommt die luftgekühlte Spindel. Dazu müssen wir kurz umbauen. So, wir haben umgebaut. Standen wir die Messung der luftgefühlten Spindel im Stillstand. Wir haben jetzt ca. 68 Dezibel. Das war in der Messung nach Norm ca. 62 Dezibel. Starten wir die Spindel auf 30.000 Drehungen pro Minute. Das waren ca. 72 Dezibel und in der Messung nach Norm waren das ca. 66 Dezibel. So, fassen wir die Messung nochmal zusammen. Dazu nenne ich euch die Werte aus der Messung nach Norm. Die flüssigkeitsgekühlte Spindel im Stillstand hat 52 Dezibel, die luftgekühlte Spindel im Stillstand hat 62 Dezibel, die flüssigkeitsgekühlte Spindel bei 30.000 hat 64 Dezibel und die luftgekühlte Spindel bei 30.000 hat 66 Dezibel. Ihr seht, die flüssigkeitsgekühlte Spindel ist im Vergleich leiser. Kleine Anmerkung noch, zum Schluss, dieses Display, was ihr jetzt hier gesehen habt, das findet ihr auch im Shop. Ist eine ganz interessante Sache, wenn man nicht direkt am Umrichter die Drehzahl einstellen möchte, sondern über dieses Display. Das wird über ein Netzwerkkabel angeschlossen und dann kann es losgehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die flüssigkeitsgekühlten Spindeln doch schon einige technische Vorteile haben, die häufig in industriellen Anwendungen gefordert sind. Das kompakte, leichte und vollständig geschlossene Behäuse sowie der sehr leise und äußerst genaue Betrieb sind hier als wichtigste Punkte zu nennen. Die luftgekühlen X22 sind das einfachere und kostengünstigere System, lassen sich aber gleichwertig verwenden, wenn bei den entsprechenden Anwendungen auf die gerade genannten Vorteile verzichtet werden kann. Ich hoffe, die Tipps helfen euch weiter, für eure Anwendung die passende Kühlmethode zu finden. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Kühlmethode euer Favorit ist. Wenn ihr euch noch unsicher seid, ruft an, wir beraten euch gerne weiter. Das war es mit diesem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.